Deutscher Theater- und Filmschauspieler sowie Hörspielsprecher Michael Schacht verstarb am 20. August 2022 mit 81 Jahren nach längerer Krankheit. Als Stimme des Privatdetektivs Philip Maloney kam er in über 400 Folgen des Hörspiels, die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney vor. In den sozialen Medien trauern Fans der Radiosendung. Viele posten das Zitat, die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Der deutsche Pianist und Komponist, Franz Hummel, ist am 20. August 2022 im Alter von 83 Jahren verstorben. Das mit Abstand bekannteste Werk von Franz Hummel ist das Musical Ludwig II. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.